Moin Leute, herzlich willkommen auf unserem Kanal Mathe leicht gemacht mit dem 16. Video der Playlist E-Funktion. Im letzten Video haben wir uns einfache Integrale angeguckt und in diesem Video werden wir da schon ein bisschen komplexer. Wir gucken uns nämlich auch hier Stammfunktionen und Integralen von E-Funktionen an, nämlich wenn im Exponenten noch ein bisschen mehr steht als einfach nur ein x. Auch in diesem Video gibt es zwei Beispiele, wir zeigen euch einmal wie man das generell einmal integriert und dann gibt es die zwei Beispiele wie gesagt und dann habt ihr es eigentlich schon wieder ein bisschen mehr drauf. Fangen wir an mit Stammfunktionen generell. Generell gesucht ist Groß F, also Groß F von x, das ist jetzt gesucht. Wir müssen noch einmal kurz überlegen, was ist jetzt Groß F? Wenn wir dieses Groß F von x ableiten, also Groß F', dann haben wir wieder unsere ganz normale Ausgangsfunktion f von x. Das bedeutet, also wenn wir jetzt Groß F ableiten, wie gesagt, kommen wir auf F von x, aber wenn wir F von x integrieren, kommen wir auf Groß F. Das ist ganz wichtig, dass wir das einmal machen. Das heißt, im Endeffekt reicht es, wenn wir rückwärts ableiten. Gucken wir uns das gleich doch mal anhand eines Beispiels an, nämlich dieses Beispiel hier. Wir haben F von x, ist gleich E hoch 2x plus 1 und jetzt suchen wir das Groß F, das heißt die Stammfunktion davon. Das heißt, wir müssen das hier integrieren, einige von euch sagen auch umgangssprachlich aufleiten, weil das das Gegenteil von ableiten ist. Hierfür geht ihr bei diesen Aufgaben bitte immer so vor, wenn wir irgendwas anderes noch im Exponenten stehen haben, dass wir einfach unsere E-Funktion mit dem Exponenten wieder einfach so hinschreiben, genau. Und jetzt müssen wir noch einen Vorfaktor mit hinzuziehen. Das ist ähnlich wie bei der Kettenregel. Einmal bitte das, was hier im Exponenten ist, das bitte einmal ableiten. Hier haben wir also 2x plus 1, wenn wir das ableiten, bleibt einfach nur die 2 stehen. 2x abgeleitet ist 2 und plus 1 fällt ja beim Ableiten weg. Das nehmen wir bitte und multiplizieren das leider nicht einfach davor, sondern wir müssen den Kehrwert davon nehmen. Das heißt, wir schreiben die 2 unten in den Bruch, das heißt in den Nenner, also 1 durch 2. Die 1 oben müssen wir uns jetzt hinzudenken, natürlich, wir müssen einen Bruch draus machen. Das heißt, die 2, das was oben abgeleitet und übrig bleibt, nehmen wir und schreiben das vor die E-Funktion in den Nenner und multiplizieren das bitte. Wenn jetzt die plus 1 wegfallen würde, würde sich nichts ändern. Die Ableitung wäre ja immer noch 2. Das heißt, wir würden immer noch 1 durch 2 hier hinzuschreiben. Wenn wir die 1 wieder rannehmen würden, bleibt natürlich das Gleiche. Wenn wir jetzt hier 3x hätten, wäre die Ableitung ja natürlich 3 und wir würden mal ein Drittel rechnen. Das Gleiche wäre bei 1 Viertel oder wenn wir jetzt 4x hätten, würden wir mal ein Viertel rechnen. Und auch wenn wir jetzt hier minus 4x hätten, würden wir mal minus ein Viertel rechnen, natürlich. Oder wenn wir jetzt hier minus x hätten, würden wir mal, gut, 1 durch 1 ist 1, aber wir hätten mal minus 1. Das bedeutet, immer bitte oben den Exponenten einmal ableiten und das in den Bruch, in den Nenner davor schreiben. Gut, und das ist jetzt wieder unsere Beispielaufgabe. Hier könnt ihr ganz einfach die Probe machen. Wenn wir das jetzt hier also einmal ableiten würden, wäre das ja die ganz normale Kettenregel. Ein Halb wäre ja ein konstanter Vorfaktor, den bräuchten wir ja gar nicht beachten. Bei der Kettenregel der e-Funktion müssten wir ja auch wieder das obere, das im Exponenten, einfach ableiten. Hier wäre 2. Die 2 laut Kettenregel müssten wir ja davor multiplizieren. Und dann würde hier stehen 2 mal 1 Halb, das kürzt sich ja weg. 2 mal 1 Halb ist ja 1 und dann wären wir hier wieder bei unserer Ausgangsfunktion. So gehen wir immer sicher, dass wir richtig integriert haben. Gucken wir uns noch ein kleines Beispiel an. Wenn wir jetzt hier eine 3 davor hätten, ein konstanter Vorfaktor, ändert sich eigentlich nicht viel. Wir müssen immer noch den Exponenten, um die Stammfunktion herauszufinden, müssen wir immer noch den Exponenten einfach ableiten. Denn das ist immer noch unsere 2, die schreiben wir wieder davor in den Bruchstrich, in den Nenner. Und den konstanten Vorfaktor, die 3, die bleibt einfach oben stehen. Ganz einfach. Das heißt, wir hätten hier 3 Halbe. Auch hier könnten wir natürlich wieder die Probe machen. Wenn wir das ableiten, kommt die 2 runter. Dann steht da 2 mal 3 Halbe. Hier kürzen sich die 2 hinweg und wir sind wieder hier an dem Punkt. Natürlich, wenn wir jetzt hier anstatt der 3 eine 4 oder eine 5 schreiben, ändert sich natürlich nichts. Hauptsache, ihr merkt euch dieses Vorgehen, das ich euch gerade genannt habe. Hier gibt es zwei Aufgaben, wo ihr das einmal anwenden solltet. Es ist wichtig, dass man das übt. Probiert das mal und pausiert. Erste Aufgabe, wir schreiben das Integral einmal auf und dann bilden wir gleich unsere Stammfunktion. Die Stammfunktion kommt immer in diese eckigen Klammern. Und deswegen haben wir das ja gerade einmal geübt. e hoch 2x müssen wir einmal jetzt integrieren. Wir können erstmal die Grenzen aufschreiben von 0 bis 1. Und jetzt schreiben wir erstmal die e-Funktion so ab. Der Exponent ändert sich bitte nicht. Den lassen wir komplett so stehen. Und jetzt 2x einmal abgeleitet. Die 2 ist es im Endeffekt, was da übrig bleibt. Die 2 schreiben wir einmal in den Nenner davor. Also bilden den Kehrwert, dass da ein Halb steht. Auch hier können wir easy die Probe machen und sehen, dass da wieder 2 e hoch 2x rauskommt, wenn ich das hier in den eckigen Klammern ableite. Gut, jetzt setze ich den oberen Wert als erstes ein. Das heißt, jetzt steht da mal 1. Und danach schreibe ich immer ein Minus. Schreibe ich das gleiche wieder ab und jetzt setze ich da mal 0 ein. Das Ganze bitte einmal in den Taschenrechner eintippen. Und dann kommt da ungefähr, kommt da eine Kommazahl raus, kommt da ungefähr 3,2 raus. Und das wäre der Flächeninhalt im Intervall 0 bis 1 unter dieser Funktion e hoch 2x. Nächstes Integral von minus 1 bis 1. Und hier sehe ich e hoch x plus e hoch minus x. Ist aber nicht schlimm. Wir gehen genauso vor wie eben auch. Schreiben wir einmal eckige Klammern auf und dann können wir die Grenzen schon mal übernehmen. Minus 1 bis 1. Jetzt bilden wir hier einmal die Stammfunktion. Dadurch, dass wir hier zweimal eine e-Funktion haben, einmal mit Minus, einmal ohne Minus, müssen wir die unabhängig voneinander integrieren, weil da steht ja ein Plus dazwischen. Also e hoch x einfach integriert, bleibt e hoch x. Ist recht easy. Jetzt aber e hoch minus x. Was machen wir jetzt? Wir können erstmal das Plus hinschreiben. Jetzt schreiben wir das e hoch minus x hier hin. Jetzt wissen wir aber, das ist ja noch nicht das Ende. Das ist ja noch nicht die Stammfunktion, weil wir müssen ja das Minus x ableiten. Das ist Minus 1. Das heißt, da kommt die Minus 1 nach vorne. Eigentlich in den Nenner. Aber gut, 1 durch Minus 1 ist das gleiche wie Minus 1. Das heißt, wir haben auf jeden Fall nur dieses Minus da vorgeschrieben. Jetzt müssen wir einmal unsere Grenzen einsetzen. Hier bitte darauf achten, dass wir die 1 für beide x einsetzen. Einmal für beides einsetzen. Einmal hier kommt das x rein, hier kommt das x rein. Dann sieht das so aus. e hoch 1. Das erste Mal setzen wir es hier ein. Und dann steht hier nämlich nichts anderes wie Plus und Minus. Machen wir einmal zu einem Minus, das ein bisschen komprimierter aussieht. Und dann haben wir e hoch minus 1. Das ist natürlich deswegen, weil da steht ja e hoch minus x und deswegen steht da e hoch minus 1. Jetzt ganz wichtig, Minus. Und da müssen wir aufpassen, setzen wir bitte immer große Klammern. Wenn wir hier eine Summe haben. Und jetzt kommt die minus 1, wird die einmal eingesetzt. Einmal die andere Grenze. Bitte einmal wieder hier erstmal einsetzen für e hoch x. Dann steht da e hoch minus 1. Blau markiert extra. Und danach müssen wir das bitte, also mit dem Plus und Minus haben wir natürlich ein Minus draus gemacht. Und jetzt e hoch minus x. Wenn ich da minus 1 einsetze. Gut, ich kann noch mal extra Klammern drum setzen. Dann seht ihr, da kommt diese minus 1 rein. Und den ganzen Spaß kann ich jetzt in den Taschenrechner eintippen. Oder ich schreibe es noch einmal aus. Ich kann es auch einmal ausschreiben. Dann zeige ich einmal. Dann steht da e hoch 1 minus, e hoch minus 1 minus. Jetzt muss ich bitte aufpassen. e hoch minus 1. Und dann wird aus diesem Minus hier in der Klammer ein Plus. Und da steht e hoch 1. Gut, das kann man jetzt in den Taschenrechner eintippen. Ihr hättet es vorher auch schon in den Taschenrechner eintippen können, wie ihr wollt. Passt aber auf, dass ihr die Klammern richtig setzt. Wenn man das richtig jetzt eingibt, kommt da ungefähr 4,7 raus. Gut, meine Lieben, das war es mit dem Video. Das wird auch das vorläufige Ende dieser Playlist sein. Es wird bestimmt noch eine Playlist geben. E-Funktion für Profis. Oder guckt noch mal gerne in die andere Playlist rein. Ein natürlicher Logarithmus und Exponentialgleichung. Die ist an diese Playlist sehr dicht angelehnt und auch sehr wichtig. Wir sehen uns hier oder da. Mal schauen. Bis dann. Ciao.